Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verbringen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verbringt, verbrachte, hat verbracht. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verbringe. Du verbringst. Er verbringt. Wir verbringen. Ihr verbringt. Sie verbringen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verbrachte. Du verbrachtest. Er verbrachte. Wir verbrachten. Ihr verbrachtet. Sie verbrachten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verbracht. Du hast verbracht. Er hat verbracht. Wir haben verbracht. Wir haben verbracht. Ihr habt verbracht. Sie haben verbracht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verbringe. Du verbringest. Er verbringe. Wir verbringst. Wir verbringen. Ihr verbringet. Sie verbringen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verbrächte. Du verbrächtest. Er verbrächte. Wir verbrächten. Ihr verbrächtet. Sie verbrächten. Den Schluss macht der Imperativ. Verbringe du. Verbringen wir. Verbringt ihr. Verbringen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verbringen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Reden. Die Idee. Das war unser kleines L revers! Für die Idee. Ich versuche den Augen zu Hause zu be dicen. Von mir verbringst du noch weit. Probe gut. Das war das Wormserregion. Wir MOS juga. Wir müssen jetzt immer deutlich. Wie lieben sie sich angekommen. Ich versuche die Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020